Moin, hallo und willkommen zurück zu MyTimeatPorsche. Ich bin hier immer noch im Dankeschön unterwegs, es tut mir leid. Ich wollte das mal fertig kriegen jetzt hier, hoffentlich, bin mir nicht sicher. Mal schauen, jetzt kommen natürlich beide um die Ecke, okay. Ich hoffe, das geht irgendwie. Das geht schon irgendwie. Irgendwie wird das schon hinfahren. Sack. Jetzt kommt der da auch noch zu. Das kann ich ja gerade gar nicht brauchen. So. Irgendwie bringt das Essen gerade nicht so viel, ne? Futtert das gerade, aber so viel ist es jetzt auch nicht. Das fehlt noch ein paar Sekunden, ne? Ja, das war es schon. Wenn ich das jetzt doppelt futter, bringt das mehr? Mal ein bisschen mehr, ne? Gucken wir mal. Ja, es bringt ein bisschen mehr. Auch nicht viel, aber naja. So, muss ich denn jetzt hin? Nach oben, ne? Da ist noch irgendwas oder irgendwer? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Eine Kiste. Jetzt bin ich runtergefallen. Ne, keine Kiste. Habe ich doch richtig gesehen. Doch, ne Kiste. Doch, da, okay. Eine Kiste und der Dude, okay. Mal her. Da ist sonst nichts mehr. Hier sind Sackgasse, echt. Da muss aber was Gutes jetzt drin gewesen sein. Das hat sich jetzt echt nicht gelohnt. Ich komme gerade hier noch rein, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Ne, da war nichts mehr. Okay. Na, da kann ich nur hoffen, dass da was Gutes drin war. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir haben es schon 1.30 Uhr. Echt? Das ist eigentlich schon zu spät jetzt. Hier wäre es schon Montag. Krass. Und ich bin hier noch im Dungeon unterwegs. Oh je. Das ist eigentlich schon viel zu spät. Das heißt, ich bin irgendwann... Aber ich weiß nicht, ob ich dann direkt zu Hause bin. Das ist ein bisschen doof. Ne, warte mal. Da bin ich falsch. Da bin ich hergekommen. Hä? Muss ich nach oben? Muss ich denn lang jetzt hier? Ich bin verwirrt. Da oben ist noch eine Kiste. Okay. So. Eine Kiste. Und da geht es noch weiter. Ja. Okay. Da ist noch ein Dude. Okay. Jetzt kein Heiter. Das war die erste Ebene. Oh Mann. Das kann ja heiter werden. Da kommt der nächste. Die Flammenvariante. Dann schieß mal. Das ist zurückdrängend. Komm her. Weg, weg, weg. Jetzt kommt der nächste. Nicht? Okay. Dann war es jetzt im Stand gerade. Okay. Jetzt kommt aber der nächste. Und der nächste, bitte. Das war es schon. Okay. Dann ging das ja ein bisschen schneller gerade vonstatten. Hier oben war nichts. Doch, mehr Kiste. Die nehme ich natürlich mit. Und weiter geht's. Sagst du, ist mein Inventar voll, ne? Habe ich das Gefühl hier? Das kommt da weg. Was habe ich hier noch? Kritische Trefferchancen. Lege ich das hier unten hin? Okay. Okay, okay, okay. Der nächste. Der nächste, bitte. Oh, jetzt steht hier oben einer. Okay. Kopf so runtergesprungen. Ja. Hat mir aber nicht geholfen. Jetzt sind draufgegangen. Okay. Und draufgegangen. Ah, es kommen beide natürlich um die Ecke. Ah ja, klar. Beide. Oh, und kann anders. Das ist natürlich toll. Ah. Beide umgefallen. Sehr gut. Die machen schon ein bisschen Ärmer vor sich zu geben, die beiden. Weil die so schnell sind. Da liegt noch einer rum. Na nun? Wieso liegt der hier rum? Das irritiert mich. Der liegt hier einfach nur so oben. Nein, nur. Okay, bist du runtergefallen? Vielleicht. Na, komm mal hier. Ihr seid beide in der Nähe. So. Musst du hier runter? Der kommt hier runter. Nee, der kommt nicht runter, weil er nicht weiß wie, oder was? Musst du da jetzt echt drauf kommen? Na, dann komm ich rauf. Und zack. Oh, tschüss. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, aber ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren. Warte, zwischendurch. Das tut mir leid. Äh, ich glaube, ich muss nach oben, ne? Gucken wir mal. Wupp. Na nun? Das ist aber neu jetzt hier, dass ich nach oben muss. Wer hat denn so eine komische Treppe gebaut, Mann? Da hätte ich ja Schiss, dass ich hier irgendwie plötzlich, äh, runterfalle. So, jetzt muss ich hier auch noch hochspringen, weil das nicht so sauber gearbeitet ist hier. Okay. Jetzt sind wir langsam schlecht. Äh. Okay, was haben wir hier oben? Oh, da geht's raus. Okay. Ganz was Neues. Haben wir hier noch eine Kiste? Nein, haben wir nicht. Okay. Jetzt ist tatsächlich nur das Level umgekehrt, Nanu. Das ist viel größer als sonst. Und hier geht's wieder runter? Echt? Ist ich dein Ernst, oder? Ist dein Ernst? Oh, Mann. Jetzt bin ich hier lang gelaufen, nur um von einer Ebene zur nächsten zu kommen. Uff. Hier ist natürlich wieder alles voll. War ja klar. Oh je, oh je, oh je. Äh, jetzt muss ich runterfallen. Denn, das könnte nämlich böse Aua machen. Dann komm her, hier. Zack. Zack, zack, zack. Tschüss. Hier sind jetzt aber zwei jetzt. Das ist aber unfair gerade. Dann komm her, hier. Da habe ich auch noch so ein großer Dude um die Ecke gekommen nachher. Dann komm her. Komm her, hier. Das ging schnell. Jetzt hier, der nächste Dude. Ach, der Ausgang ist jetzt da oben. Das ist eigentlich genau verkehrt rum. Okay. Sehr interessant. So. So. Dann hier beiden. Komm schon. Zack. Und noch mal drauf fahren. Oh. Hier liegt wieder einer komischerweise von den Loots. Sehr merkwürdig. Motor. Allfred steht hier interessanterweise drauf. Auf den, äh, Lohen. Sehr merkwürdig. So, jetzt kommen wir weiter. Jetzt kommt der Boss. Das kann ja heiter werden. Jetzt kommt der Boss. Ach, noch mal Honscho. Okay. Das sollten wir hinkriegen, oder? Ich nehme mal, ähm... Was war das hier? 18 GP wieder. Sehr gut. Den hauen wir rein, den hauen wir rein. Und dann geht's auch schon los. Wenn ich denn hier nicht so doof daneben springen würde. Okay, komm her, Jan. Hier hat 55, okay. Sehr krass. Komm her, Jan. Dass dir keine Chance... ...funktioniert. Ich kriege dir keine Chance, dass wir dir was zu machen. Der ist einfacher als der andere Bot. Der andere Bot kann sich noch bewegen. Der bewegt sich jetzt hier, der weiß ich nicht. Aber das ist ja auch gerade recht. Das ist ja auch gerade recht. Das ist ja auch gerade recht. So, dann kommen wir noch weg. Dann kommen wir noch weg. So, komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir werden ohne Tores kommen, oder? Zumindest sieht das so aus. Uff da, uff da, ta. Oh, ich habe einen Helm gekriegt. Okay. Eine Kappe des Abenteurers. So, jetzt aber ab nach Hause. Verlassen. Schon viel zu spät eigentlich. Das ist ja oof! 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich laufe so schnell ich kann. Also das heißt, ich habe eigentlich so gut wie keinen Schlaf mehr hier. Das ist schon ein bisschen heftig. Es fehlt mir jetzt noch, dass ich vom Pferd falle oder so ein Blödsinn. So. Ich kann dir nicht mal einen Streicherleiter entgeben, weil ich jetzt direkt ins Bett muss. So. Gib alles, Spira, gib alles. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Ich muss ins Bett. Schaffe ich das noch? Ich lege mich ins Bett. Leg dich auch ins Bett. So, jetzt aber ab ins Bett. Okay, ich habe es immerhin auf den Teppich geschafft. Ich habe es immerhin auf den Teppich geschafft. Junge, Junge, Junge. Immerhin nach Hause geschafft. Das war schon ein bisschen hardcore jetzt hier. Krass. Äh, da raus. Wo, Spira bist du? Wo bist denn du? Ach, Spira ist hier. Hey, Spira. Morgen. Zieh mich mal mit. Kann ich dich streicheln hier? Geht das? Oder? Ja, ne? Hast du toll gemacht. Du stehst zwar gerade in der Luft, aber ist okay. Ich stehe auch gerade zwischen den Balken. Passt schon. Kannst du mitkommen? Ja, kannst du. Okay, dann bleib mal da. Äh, warte mal. Kann ich dich nicht? Kann ich nicht sagen? Jetzt kann ich. Sehr merkwürdig. Da hing ich gerade irgendwie fest, war? Ähm. Kopfsalat. Wow, du isst ja richtig viel Kopfsalat, war? Oder kann das sein, du wirst davon mehr essen? Ich bin mir nicht sicher. So, mein Wetter ist proppevoll. Morgen, ihr beiden. Eine Streicheinheit. Ja, ne? Ist ja wichtig, dass ihr mich mögt. Ihr sollt's ja auch gemütlich haben. Hier ist noch genug, okay. Das sollte reichen. Äh, achso, das nehm ich noch mit. Das muss ja nicht hier sein. So. Okay, dann haben wir das geschafft. Das war ziemlich... Ne, das wollte ich nicht. Ziemlich, ziemlich lang. So, dann hauen wir mal. Was haben wir denn hier rein? Das muss da rein. Das muss da rein. Das, das, das. Das und das. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. Das kann da alles rein, eigentlich. Würde ich poschal behaupten. Bin mir nicht sicher. Aber ich hau's mal da rein. Dann hab ich tatsächlich wieder ein bisschen Platz im Inventar. Äh, die Dinger hau ich da auch mal rein. So. Die Chips auch noch. Das war's, ne? Ich glaub, das Seegreisen so kommen nach... Dingens. Das muss ich mal grad gucken. Ich hab hier... Welches Level? Ab Level 40... Müsste ich tragen können. Was hab ich hier? Level 35, 42... Ähm... 220 Verteidigung. Und das ist der Helm. 600 GP... 600 GP... zu... 500 GP... Kann ich erst am Level 45 tragen. Okay, und das kann ich am Level 40 tragen. Das heißt, das könnte ich tatsächlich schon wechseln. Okay, ja, sieht ganz cool aus eigentlich. Das macht mehr, ne? Das macht mehr, ne? 180 zu 40... 150 zu 35... Ja, das macht ein bisschen mehr. Ja, passt nicht ganz zu meinem Army-Dingen hier, ne? Aber ist schon okay. Zieh mir mal an. Dann hau ich das mal da rein. Hier ist noch ne Schaube. Kann ich die stacken? Ja, kann ich. Sehr gut. Da ist noch ne Monta Monika. Weiß ich auch noch nicht wohin damit. Das kann ich nicht tragen. Den Ring packe ich hier auch mal rein. Den Knuddelbeeren hier auch. Und der Rest kommt zu Essen. Oder was auch immer das ist hier. Weiß ich nicht genau. Fett. Fett ist eigentlich Beute, ne? Segras kann da rein. Das kommt hier hin. Beute. Habe ich Beute noch hier? Ja, habe ich noch. Okay, dann hau ich das da rein. So, dann hole ich mir schnell einen Auftrag. Weil hier gibt es mich wahrscheinlich schon, der das Beste geholt hat. Das kann ich auch noch mitnehmen. Und dann muss ich den Medellator gleich noch einbauen. Oh Mann. Ich muss noch mal gucken, dass ich Dings noch einbaue hier. Beziehungsweise ich muss meine ganze... Meine ganzen, ähm... Ja, ich habe jetzt das Beste schon geholt. Ich habe es genau gesehen. Wie geht's? Ähm. Morgen, Antoine. Ach, hier ist noch ein Esra. Krass. Okay, was will er? Einen Weinkopf, nehme ich an. Kriege ich, glaube ich, hin. Hoffe ich mal. Sicher bin ich mir nicht. Ähm. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch soweit fertig hier. Das ist noch ein bisschen was zu tun. Ich würde das gerne umbauen. Aber das ist halt nicht so einfach, würde ich sagen. Weil ich dann alles umräumen muss hier an Bäumen. Und hast du nicht gesehen? Da wäre natürlich der Vorteil, dass das dann aber besser funktionieren würde, wahrscheinlich. Ne, ich muss dahin. Erstmal einsortieren. Und dann kann ich gucken, was ich noch brauche. Und zwar... Einen Weidenkorb. Kann ich den bauen? Dann ist der fertig. Wie lange dauert das? Stunde und... 33. Okay, ist nur die Frage, wann der fertig gemacht wird. Ich weiß es nicht genau. Dann, äh... Nehme ich das schon mal mit hier. Ach, ich nehme beides mit. Okay. Eine Ablaufventilator muss ich noch einbauen. Dann, na. Kann ich Ding jetzt fertig machen? Ne, eine Stunde, zehn Minuten muss ich noch warten. Ich habe hier wieder eine Ausrufezeit. Ich glaube, ich muss wieder zu, äh... Ah, das ist Emily. Zur, äh... Prinzessin. Ich nehme mal schon mal vorsichtshalber einen mit. Weil ich schon weiß, dass ich da gleich hin muss. Hi, Emily. Ich habe Großmutter in letzter Zeit häufiger als sonst zum Arzt gebracht. Ihr Rücken macht dir wieder Probleme. Das klingt nicht so schön. Mach's gut. Doch nicht. Wer hat denn hier ein Ausrufezeichen gehabt? Nanu? Hier ist kein Ausrufezeichen. Habe ich schon eine Halluzination oder was? Sehr merkwürdig. Sophie möchte etwas. Was möchte Sophie denn? Wo ist Sophie denn? Da hinten, ne? Möchte bestimmt was zu essen, oder? Bist du gerade bei den Küken unterwegs? Okay. Hi, Sophie. Uäh, was ist denn hier los? Ich wünsche, ich hätte jetzt einen Wassereimer. Einen Wassereimer kann ich vielleicht besorgen. Ich gucke mal. Vielleicht kann ich den noch fertig machen. Das sind Sachen, die kriege ich hin. Wenn das was zu essen ist, wird das schon ein bisschen schwieriger. Oh, meine Puste ist wieder aus. Nein. Ich muss wieder trainieren. Ack, du gehst wieder arbeiten. Mach's gut. Ein Wassereimer, bitte. Ach nee, das sind die Sachen. Was war... Links klick? Nein. Was mache ich denn hier? Ehe. Mensch, jetzt komme ich schon wieder voll durcheinander. Ein Wassereimer. Ähm... Hier. Wassereimer, Wassereimer. Habe ich einen Wassereimer nicht? Hier. Dann gebraucht der. Ist in Arbeit. Ist schon fertig. Äh... Da wollte ich nichts mehr reinschmeißen. Alles mitnehmen. Okay. Dann kann ich die Sachen eigentlich schneller wegpacken. Das bleibt sowieso hier. Den Dünger brauche ich dann auch nicht. Dann kann ich die anderen Sachen noch wegbringen. Dann musst du wieder mitkommen. Müssen wir los, Spira. Es gibt noch was zu tun. Hi, Toddy. So. Okay, ich muss hier hin. Wer wollte denn jetzt was haben? Laufst du kurz hier? Ich komme doch wieder. Ich glaube, drin, ne? Schauen wir mal. Emily... Äh... Nee. Hier drin will keiner warten. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Falsch. Ich muss weiter nach unten. Ich muss weiter nach unten. Alice? Nein. Ich bin gerade verwirrt. Lass kurz hier. Ich muss mal hier oben hingehen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht richtig aus. Hi, Sam. Danke. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zöger dich die Ziviltruppe. Wir würden es bitten. Alles klar. Alles gut. Dann habe ich das jetzt erledigt. Und jetzt muss ich... Wo muss ich denn jetzt noch hin? Ich muss den Auftrag noch abgehen. Nee, den Auftrag habe ich gerade gemacht. Das war doch noch irgendwas. Achso. Oma Sophie. Oma Sophie. Hier oben. Ist Oma Sophie noch da? Oma Sophie ist gerade hier auf dem Fell unterwegs. Da hinten. Hi, Oma Sophie. Beschenken. Hier, den Eimer. Möchtest du haben, ne? Genau, darauf habe ich gehofft. Danke. Mach's gut. So. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann muss ich jetzt diesen Mega-Venti-Hui einbauen. Und zwar da ganz hinten. Dann laufe ich mal los, wa? Auftrag kann ich heute nicht mehr annehmen. Habe ich schon gemacht. Ich hoffe nur, ich kriege noch ordentlich Knete zusammen, dass ich das fertig kriege. So. Hi, Dawa. Ich habe ja noch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Die Haltestelle habe ich auch eingebaut hier. Aber das ist gerade uninteressant. So. Das Gute ist bei mir bis Spira. Du bist geschwind wie der Wind hier. Ich würde hier auch mal nach Kisten suchen und sowas und angeln auch eigentlich nochmal. Aber naja, das kommt später, da würde ich sagen. So, muss ich jetzt lang hier und dann an der Seite lang können, ne? Genau. Und dann da lang. Und dann immer dieses Flugzeugwrack. Was schon ein ziemlich großes Wrack ist, muss ich es zugeben. Das muss echt krasses Teil gewesen sein. Und dann hier so eine Holzbüge drauf gepflanzt. Oh Mann. Okay. Jetzt sind wir hier ange... Was sind das für Pflanzen hier? Das sieht krass aus. Ist das ein neues Holz? Nö. Okay. Na gut. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Aber naja. So. Wo muss ich das jetzt hinbauen? Ich glaube es kurz hier. Ich baue das gerade ein. Sieh mal an, wie das Ding weht. Zünde jetzt bloß kein Streichholz an. Aber pustet es da nicht rein, anstatt raus? Sehr merkwürdig. Okay. Habe ich gemacht. Und was jetzt? Äh... Missionen. Achso, ich muss zu Ursula wieder zurück. Okay. Den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh Mann. Na gut. Das muss echt krasses Flugzeug gewesen sein. Wenn ich mir angucke, wie groß das gewesen ist hier. Wow. Schon heftig. So, ich frage mich, ob das oben die Ladezone war oder sowas von dem Flugzeug hier. Keine Ahnung. So. Dann wieder zu Ursula zurück. Und dann muss ich hier wieder hinrennen. Ich sehe, dass wir schon kommen. Oder ich muss hier nicht mehr hinrennen, weil die das selber machen wollen. Das kann natürlich auch sein. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Da bin ich auch noch nicht drin gewesen. Da würde ich auch mal gerne gucken. Ich frage mich, ob das da irgendwo Kisten gibt. Aber ich glaube, da kommt man nicht hin, ne? Ich bin mir nicht sicher. So. Durch den Wald und ab nach Hause. Hat sich ganz schön verändert hier. Alter Schwede. So, Dauer. Ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dann. So. Zu Ursula. Das heißt, ich muss wieder zum Forschungszentrum. Die wird das bestimmt für sich haben. So. Die müssten ja eigentlich noch da sein, ne? Ne. Wo ist Ursula denn dann nun? Die ist da hinten wieder. Ich bin verwirrt. Abwirkung bei dieser Tatsache. Die ist da hinten. Oh Mann. Okay. Gehen wir da mal hin. Du bist auch schon da. Ten ist ja viel schneller als ich. Wie krass ist das denn? So, wo ist sie denn? Da ist sie. Irgendwohin, nirgendwo unterwegs. Hallo Ursula. Hast du dich noch aufgestellt? Danke. Wir werden ein paar Tage warten, damit das Gas verschwunden ist. Ich werde dir Bescheid geben, sobald wir mit unseren nächsten Expeditionen beginnen. Okay. Zehntausend habe ich gekriegt. Wow. Okay. Das ist ordentlich. Was war denn das für ein Geräusch? Riss? Ach, das sind hier die Krebse. Ach krass, die blumen hier so. Die kämpfen gerade gegen die Muscheln hier. Okay. Nehme ich mit. So, ein paar Tage warten. Ist die Frage, wie lange ist ein paar Tage? Oder machen die sich sofort daran? Aber die kommen ja nicht durch die ganzen Türen, weil die brauchen ja einen Handwerker wie mich. Haha. So, wir haben ja viel, viel geschafft. Da glitzert auch schon wieder alles Glitzer, Glitzer. Und ich muss noch gucken. So, Spearer. Einmal kuscheln. Und dann muss ich noch die anderen Sachen fertig machen. Ja, ne? Das ist ja brav gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie ein Reiterhemd hier. Oder eine Reiterjacke oder so, glaube ich, wa? Mit Smiley hinten drauf. Ha! Okay, du bleibst hier. Ich muss hier noch Dünger reinhauen, fürchte ich. Ja, der ist mega sauer. Mega, mega sauer. Das reicht nicht. Ich müsste eigentlich auch noch mehr Dünger hier verteilen. Wenn ich mir das so angucke. Ne, das ist reif. Das brauchen wir keinen Dünger, kann das sein? Weil das reif ist. Ich bin mir nicht sicher. Du brauchst auf jeden Fall Dünger. Du bist halt immer sauer. Deswegen wird das auch nicht das Beste, weil ich dich nicht die ganze Zeit dünge. Du brauchst auf jeden Fall auch eine Menge Dünger. So, und du brauchst auch noch ein bisschen Dünger. Aber sonst ist alles gut, okay. Lassen wir erstmal. So, muss ich mich später noch drüber kümmern. Jetzt erstmal nicht. Äh, das Fleisch kann ich mir mal wegpacken. Das kommt da in die Kiste? Ne, in die andere Kiste, okay. Da rein. Jo. So, dann haben wir noch Harz und Gedöns hier. Das kommt dann, glaube ich, hier rein. Achso, Harz ist alle. Das ist nämlich noch etwas, das ich wegpacken muss. Schleim. Das ist alles zum Craften, glaube ich. Dann kommt das da rein. Und die CD kann ich drüber in der Beforschung reinhauen. So. Das ist alles wieder sortiert. Das muss ich noch aufstellen, das Ding. Dazu muss ich noch die Matten nochmal aufbauen. Dann muss ich gucken, dann muss ich alles nochmal umrollen. Das wird Spaß. Ich weiß halt noch nicht, wohin, ne? Ja, mal gucken. Machen wir morgen. Oder? Ja, würde ich sagen, ne? So. Wieder was geschafft. Habe ich noch was vergessen jetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, müsste ich noch, glaube ich, ne? Ja. Ich würde sagen, wie es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.